willkommen zurück meine lieben zuschauer bei is origins im toll one und ja wir haben gerade beim letzten mal mitten am anfang dieser zwischen sequenz aufgehört und mit der wollen wir jetzt beginnen saul du weißt du solltest wirklich öfter mal zu deine familie besuchen gehen von zeit zu ich bin mir sicher dass sogar priester fängt sich manchmal sorgen und ich macht ich denke nicht dass er so viel sorgen in sich hat über mich außerdem habe ich gehört dass bei kleiner bruder hugo als neuer nach erbe festgelegt wurde vor ein paar tagen ich denke wenn ich mich jetzt zeige würde meine anwesenheit unschöne gefühle hervorbringen du bist wirklich ein großer dickkopf weißt du das nein kommandant ich denke nicht dass die köpfigkeit irgendwas damit zu tun hat er sucht einfach bloß eine ausrede um im solomon schreien zu bleiben hey komm schon galeon ja das sind ist die ganze truppe abgesehen von roi und junika es macht keinen sinn den coolen zu spielen captain fekt dein gesicht ist ein offenes buch ja da ist wohl noch captain der heiligen ritter also sauls stellvertreter ja das ist es sie nur er wird rot das zeigt dass man die wahre natur eines mannes aufgedeckt hat okay das reicht jetzt langsam oh ja und das sind kathena und oberpriester schion die kennen wir ja auch noch aus dem letzten waren hier wird also gerade mal der zwischen sequenz gezeigt wie tolls ganze verbindungen zu den leuten war früher bevor er zum dämon geworden ist nach wenn das nicht toll ist es ist eine weile her dass wir uns gesehen haben kadena es ist wirklich eine seltene ehre dass ihr magier uns hier besucht kadena ist hier um ihren bericht abzugeben über ihre untersuchungen über das kleria erz ach so ist das es wurde von den sechs priestern angeordnet ja und lass mich sagen es ist keine einfache aufgabe ich muss wirklich jede art dieses zeugs aufspüren das klingt wirklich nach einer großen aufgabe warum meldest du dich immer für solche anstrengenden dienste das ist was ich selber gerne herausfinden würde du wirst es nicht weiter erzählen oder schieren du bist immerhin ein mitglied der kleriker des solomon schreins was denkst du was wir kleriker tun ich diene einfach nur wenn es nötig ist ich habe keinen drang dazu dieselben information zu kriegen wie die sechs priester vielleicht kannst du meinen vater direkt fragen also eine magierin hast du vielleicht eine bessere beziehung zu ihm was natürlich nicht es ist nicht es steht nicht ich habe nicht den es steht nicht in meiner macht priesterfekt in frage zu stellen und ich bin nicht in der position priesterfekt in frage zu stellen so ist es besser ich schaue bloß bei dem gedanken daran ich weiß genau wie du dich fühlst kein effekt ist wirklich ein strenger mensch selbst bei seinen verwandten sieht so aus als hätte sich vater kein bisschen verändert wie geht es hugo also ich hatte leider keine möglichkeit mit ihm zu reden aber es scheint so als hätte er ein natürliches natürliche begabung für magie er hat es bereits fast perfekt gelernt die augen von feck zu kontrollieren hat er also das ist wirklich beeindruckend sehr beeindruckend schau dir dieses lächeln an also bist du wirklich besorgt und einen kleinen bruder warum machst du nicht mal pause und besuchst ihn von zeit zu zeit fangt ihr jetzt auch schon damit an und da sind rea und fina verzeiht mein eindring meine störung lady rea lady fina toll es ist schön euch zu sehen möchtest du einen tee ich mach dir eine tasse das wird nicht nötig sein wie ich bereits sagte ich bin ein einfacher leibwächter nicht mehr ihr seid immer ihr seid göttinnen es ist nicht niemals so gewollt dass ihr mir irgendein gefallen tut wenn dann sollte ich euch dienen was ist los habe ich irgendwas unangemessenes gesagt also siehst du uns als heilige geschöpfe jetzt oder oder da als wir uns das erste mal trafen war dein verhalten gegen uns über mehr wie ein kavalier wenn ich mich erinnere also das war ich meine ihr habt eure flügel damals versteckt also habe ich gedacht du dachtest junge frauen wie wir könnten keine heiligen geschöpfe sein habe ich recht ich kann mich daran erinnern dass du uns gefragt hast wo die göttinnen sind als ob wir nur zofen wären oder sowas erinnerst du dich daran also ria du solltest die nicht zu verlegen machen den armen kerl armer kerl wir sind arm meinst du weil er gesagt hat wir es wäre uns nicht erlaubt etwas gastfreundschaft zu den wenigen freunden zu zeigen die wir haben er klaut uns die freude davon und er handelt so steif und formal in unserer gegenwart so 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 eine unvergebbare pflegelheit ja ich habe es gerade mit übersetzen ok ok ich habe es verstanden ihr wollt dass ich mich so benehme wie sonst wie sonst auch ja bitte all dieser formale stadt all dieses formale zeug macht das tägliche leben hier so anstrengend jeder sagt dieselben sätze zu uns tag ein tag aus du solltest unikas beispiel folgen sie redet immer ihre gedanken über ihre gedanken mit uns unika die tochter des kommandantens ich habe gehört dass ihr freunde geworden sei ja sie kommt einmal die woche her zu spielen sie ist wie eine kleine schwester für uns ich verstehe aber bringt das nicht die falschen eindruck mit sich ich meine ihr genießt es vielleicht eure zeit mit ihr zu verbringen aber sie ist nicht so wie ihr oder wenn ihr vater jemals davon wind bekommt ist sie in ernsten schwierigkeiten also dann haben wir da müssen wir da uns darum kümmern dass es niemand herausfindet oder wie auch immer du bist unser gast und wir werden dich auch wie einen behandeln ob du es willst oder nicht ja das war die vergangenheit von toll fact und wir sind im flooded prison angekommen hier speichern wir erstmal und dann haben wir noch ein bisschen zeit uns vorzukämpfen so ah da sind ja unsere freunde die würmer wieder kommen wir da mit einem sprung rüber nein kommen wir nicht aber der kommt zu uns runter dankeschön also hier kommen wir nur den dash rüber also ja tol war mal der kräptin der heiligen ritter der stellvertreter von sauthova junikas vater und anführer der heiligen ritter die position die nun gallio eingenommen hat und als der schrei der die lüfte erhoben wurde blieb er zurück um den rückzug zu decken so da ist noch ein weg mit dir und wir bekommen das silver bracelet ja und nun können wir den dash einsetzen also wir bewegen uns schneller und können damit auch jetzt diese plattform benutzen so genau sehr gut jetzt würde ich aber mal sagen geht es erst wieder zurück zum speicherpunkt dann speicher ich so und dann gibt es erstmal wieder einen cut bis dann bis dann